So, grüße euch Leute und herzlich willkommen zum letzten Teil des Abo-Specials, 13.000 Abonnenten. Endlich habe ich es auch geschafft. Es ist jetzt wieder Ende, beziehungsweise Anfang vom Monat, wenn ich das Video jetzt veröffentliche. Denkt dran, lasst euch davon nicht triggern. Das kam ein einziges Mal vor unter TR5 und seitdem auch nie wieder. Und auch unter TR4 damals war das auch, habe ich zweimal so eine fette Serie gehabt. Und das war, wie gesagt, pro Jahr ein einziges Mal. Und ihr könnt euch ausmalen, wie oft man spielen geht und wie viel Geld da reingeht. Genau, auf jeden Fall kommt hier Geld in die Dose. Und zwar 10% vom Gewinn ungefähr. Das hier habe ich jetzt Geschenk gekriegt. Das möchte ich da mit reinwerfen einfach. So, ich hoffe, das geht hier irgendwie. Ja, das Video wird ziemlich lang, aber es lohnt sich, das anzuschauen. Schwierig. Vielleicht doch nur zwei nehmen. Auf jeden Fall noch dazu einen gelben. Der ist echt. Vielleicht könnt ihr es hier auch sehen. Ja, nix Fälschung. Also, der kommt jetzt hier auch rein. Seriennummer. Ja, das reicht ja. Gut, der kommt hier auch rein. Ich möchte den, weil er relativ neu ist, nicht so verknicken. Aber da komme ich wohl nicht drum herum. Bis dann. Ciao. Alter, fünf Skatter. Das habe ich ja noch nie gehabt. Ja, das ist eine Sache. Fünf, fünf. Ja. Zehn Minuten. Ja, ja. Zehn Minuten. Ich muss mir mal an meinen Automatpiep glauben. Alter, Schwäle. Fünf Stück, ey. Ich habe nicht von Anfang an aufgenommen. Schade, Mann. Ich habe es mir überlegt. Dann ist jetzt so viel los, deswegen dachte ich, ja, aber jetzt muss ich. Fünf Ringe jetzt, ja, wären das genug. Nochmal drei. Ja, aber wenn das Symbol ist, dann kommt es nicht. Das ist nur der Halle. Komm. Da oben. Er hat noch neun Spiele zu verlängern. Nicht mal vier oder so. Der sechste ist schlimm. Immer nichts. Ja. Ja, da muss man froh sein, dass man was kriegt. Ja, ich bin jetzt mit Schörer. So, weiter geht's. Erstmal vier. Ja, ich bin jetzt mit Schörer. Ja, ich bin jetzt mit Schörer. Ja. Ja. Ja, ich bin jetzt mit Schörer. Ja. Der hat zu viel auf einmal gemacht, weißt du, jetzt kommt keiner mehr. Echt schlecht, aber da kommt er noch raus, da kommt er noch mal raus, eingejuckt auf 2€, ich muss gleich mal buchen drüben. So, mal gucken, 2€ ist schon ein mächtiger Einsatz, aber kann auch nichts kommen. Ja gut, 50€, vielleicht macht er insgesamt 200€ und so macht er oft. Jaaa, jammer. Warte mal, schon 2€ geht es. Ja, gut. Ja, es sind 500€, aber 80€. Ja! Ich muss die Geschwindigkeit erinnern. Geht's mir einmal. Ich drück's ab. Pause. Jawohl, Alter. Ja, Mann, stimmt. Stimmt. Da wär's sogar doppelt. 60. Ja, Mann. Aber egal. Hauptsache Verlehnung. Ah, jetzt kommt die Kacke. Das war ja klar. Ja. Hab ich noch nie gesehen. Vierer vielleicht. Hier wohl 80. Ja, Mann. Zum Glück. Mein Geld zurück, Alter. Noch nicht mal ganz. Nee. In den letzten Monaten hab ich hier nix gekriegt. Komm, komm, komm. Ah. Nix. 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 Schwach, gell. Der eine voll A wär geil. Wär uns. 700. Nix. 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 Jetzt war zu lang das Video. Geil. Was noch mal bitte? Welches Symbol? K, komm. K. Oder die Frau kommt. Eins und Beiden. Der nimmt den Schlimmsten. Pono, hast du ja gesehen? Alter, 50 Spiele. Nein, Mann, Alter. Guck mal, das sind schon 800 Euro. Und ich habe noch 37 Spiele. Alter. Nein, 27 Spiele, Entschuldigung. Letztes Mal hast du auch... Mach mal Live-Spiel. Jetzt, K. Egal, kommt was, kommt. Nein, nur 3, ja. Aber guck, jetzt gibt's... 10 Euro. Äh, 10 Euro. 20, 30. Okay. Nicht beschweren. Jetzt macht er von alleine, glaube ich. Mal gleich Kaffeetasse. Wenn er jetzt irgendwie Feuerbild macht, dann ist es richtig kack. Also 2 Stück oder so. Ja, 3 Ringe. Jawohl. 60 Euro, 70, 80. Ach, sch***, wird er jetzt alleine machen, oder? Dann macht er tack, tack, und dann kommt nichts mehr. Muss ich vielleicht warten ein bisschen. Dann ist da jetzt 400 rüber, wo... Aber dann läuft... ...spielzeiten. Ja, okay, so verleih' ich nicht. Ja, okay, so verleih' ich nicht. Ach, stimmt. Aber jetzt warte ich, guck mal, weil wenn Vollbild erst kommt... ...und, äh... Guck jetzt, sch***, ich kann nix machen. Ja, sch***. Weil wenn der Vollbild kommt, und Ku auch noch mal Vollbild, hab ich Geld verloren. Drecks, ey. Und da kommt nix? Da kommt nix? Ja, weil er Kaffeetasse macht. Hier, das da. Ja, warum mach das? Ja, das ist diese Uhr. Weil zu viel Geld, und wegen der Spielzeit, und er sieht, dass ich viele Spiele hab. Dreck. Guck, da kommt nix mehr. Da kommt nix mehr. Hätte ich doch früher gewartet. Egal. Egal, bei 800 macht er Pause. Jawohl, voll. Guck mal. Vielleicht kommt noch ein Pferd, Alter. Jetzt muss ich Pause machen. Guck mal, der kann... Wenn er jetzt drei noch gegeben hätte von den Ringen... Vergiss es. ...Geld geschockt. Ah, das gibt AGs. Ja, AGs, ja. Ja, zum Glück. Der macht das alles so. Ja, das kotzt an, dass der das so selber spielt. Ja, jetzt ist schon vorbei. Jetzt kommt nix mehr. Nein, letztes Mal war auch so. Ich hab bei einem gesehen. Da kam gar nix mehr. Ja, 60 Jahre. Jetzt macht er wenigstens Cash-Time. Wir haben immer noch nicht. Scheiße, Alter. So ein Dreck-System. Aber egal. 1200 Euro. Jawohl, Nummer 400. Alter, Alter. Ey, das ist gut gezahlt. Aber guck mal. Letztes Mal hatte ich bei 50 Spielen, hatte ich schon mal 2000 Euro. Ach so gut ist jetzt nicht. 1500 Euro. Jetzt komm, mach bitte deinen Cash-Time. Jetzt mach Cash-Time. Er tut rechts. Jetzt macht er aber. Das sind schon 1.100 und 1.500 Euro. 1.500 Euro. Das sind schon 1.500 Euro. 1.500 Euro. 1.500 Euro. Ja, wer weiß. Kann auch nix mehr. Jetzt mach Cash-Time. Schon wieder. Ja, aber der soll jetzt Pause machen. Weil wenn er 2x4er gibt, schluckt er mir jetzt, gell? Ja, das ist ja der Scheiß. Nur, kannst du 5.000 draufhauen. Jetzt mach Cash-Time. Jawohl, weiter geht's. 400 Euro rüber gebucht. Wieder Platz auf dem Tacho. Aber, was? Hoffentlich macht er dann richtig Pause. Komm, gib noch einmal 3 Stück von den Ringen und dann ist gut. 4 nehme ich auch und 5 sowieso. Jetzt macht er wieder Cash-Time, oder? Jawohl, 80 Euro. Na, guck, wie knapp das ist. Gut, wenn er voll hat, dann macht er Jesus. Das ist schon mal gut. Aber jetzt Cash-Time. 100 Euro. 100 Euro. Jetzt wieder Cash-Time. Cash-Time. Er dreht nicht mehr. Der macht jetzt richtig. Guck mal. Ja. So, der hat jetzt hier 40 Minuten diese Pause hier gemacht. Und ich glaub, dass hier die Spielzeit jetzt nicht weiter zählt. Danach wird er Cash-Time machen. Auf 800 Buchen. Und ja, dann geht's wieder weiter mit den Spielen. Aber wie gesagt, ich glaub nicht, dass dann noch irgendwie eine Verlängerung oder sonst was kommt. Weil, wenn er so abgehackt läuft, da kommt meist nichts mehr. Aber lassen wir uns überraschen. Wir werden's sehen. Bis nachher. Ihr könnt ihn gleich mal sehen. Ich glaub, jetzt kommt Cash-Time. Ja. Genau. Also, bis später. Mal gucken. Gleich geht's weiter. Aber jetzt war Pause. Kommt nicht mit. Ich hoffe noch. Natürlich. Aber, ne? Ja, 20 Euro. Jawohl. Ja. Jetzt hat er eins gespielt wieder. Jetzt hat er eins gespielt wieder. Na, er läuft so kacke von selber. Ach. Ach. Ja. Klar, dass da nichts mehr kommt. Aber in zehn Spiele, 20 Euro. Wollen wir hier? Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Aber schon. Ach. Ach. Jetzt macht er schön wieder Pause. Na, du bist auch wieder frei. 15 Minuten Pause. Und Cash-Time. Da kommt nichts mehr, wenn er so abgehackt von selber spielt. Guck mal. Nix. Nix. Zehn Euro. Nee. Guck. Kommt nix. Kommt nix. Kommt nix. Schade aber. Ja, so ist halt. Wenn er so abgehackt wird. Naja. Egal. Ich bin froh, dass du das gewonnen hast. Drück mal. Ja, dann drück mal. Ach, komm. Kannst du einmal drücken. Novolein. Kannst du einmal drücken, Novolein. Ja, ja. 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 So laut hier. Ist noch gut, oder? Wie schaut der Tag hier? Na, Klazon. Faisal gut. Ja, jetzt komm, mach da mal was. Ein tollbild macht. Ach, krass. Dann hab ich zwei Riesen und... Ja. Au, Verlängerung. 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 Alter. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, K hoffentlich. K, Seen, Pferd oder Pferd kommen. Pferd. Oder K. Ja. Ja. Alter, Alter. Da hätte ich nicht mehr gerechnet. Nein. Jetzt noch Cash Time, komm. Pferd, siehst du? Ja. 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 Aber er muss die zehn Spiele geben. So weiter jetzt. Aber... sie hat er noch nicht die 60 gemacht. Jetzt doch. Oh, was war das? Drei-Vierde? Das hab ich nicht gesehen. War da Drei-Vierde oder zwei? Ne, zwei. Na ja, egal. 30€. Passt schon. Dann macht er eine große Pause wieder. Immer noch dieses Zeichen hier. Wow, Alter. 18 Spiele. Alter, schon wieder. Da muss man melden. Da hast du ein Bild gemacht. Da fragst du wieder jetzt. Ja, ja. Jeden Rimmelsalte, oder? Ja, muss nicht. Wie viele AG heißt? Ja, hier. Die sind die AGs. Ja. Die kommen zum Schluss, oder? 3 Pferde, 80 Euro. Machst du am schnellsten? Nein, der macht automatisch. Ich kann gar nichts machen. Machst du nicht umschalten? Nein, guck mal, jetzt 3 Pferde. Da habe ich fast 1000 Euro. Ja. 3 Pferde, auch dabei. Ja, Alter. Ganz knapp. Bei 3 Pferde, was ist das? 1000 Euro. Ich muss mal voll machen dann. Ja, einmal A voll könnte er machen. Bei dir nichts dagegen. Alter. Jetzt 40 Minuten. Guck mal, 400. 800 raus. Das sind dann 1.700. Boah, 2.117. Ja, das stimmt. So, weiter geht's. 8 Spiele noch. 8 Spiele noch. Nix, zur Pferde. Arfl besseren. 7 Spiele noch. 7 Spiele noch. sind dann 1.000 Uhr. 10bung. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, knapp, knapp, jetzt früßt er gerade. Oh, scheiße. Okay, jetzt gleich. Drei Spiele noch. Katana Rani, 30 Euro. Ja, auf nichts, auf nichts. Schade. Aber eh, das ist zufrieden. Ja, ich tu die Tausendsmanneln schon raus. Du hast die RGs. So, kein Stopp bis jetzt. Boah. Krass. Und dann, so weiter geht's mit den AGS. Einmal Stopp. Und wieder Kastan. Und dann, so weiter geht's. Oh, jetzt weiter. Wir machen. Wir machen. Wir machen. Die letzten AGs hat er nochmal selber gespielt, nach dem Neustart, weil er ist einfach ausgeschaltet, faul. Und dann kam da Manipulation zu Europa, ja die haben die Karte reingesteckt, dann ging es wieder. Und dann hat er mir 3 AGs bisher geschlüpft, aber ok, 2472. Jetzt hat er die Kaffeetasse gemacht, hier, das heißt er hat nicht mehr viel Spielzeit, hoffentlich kriegt er es noch aus, Cash-Time 72 Minuten, ok, krass, was auch immer das bedeutet. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir nur 71 Minuten Spielzeit, aber das sollte eigentlich reichen. So, also wie gesagt, gerade jede 1-2 Minuten haut euch jetzt 20 Euro raus, gerade noch eine Auffüllung gehabt. Ja, dann ein Hauptbildschirm, 380 Euro wird aufhören. Und jetzt macht er weiter. Ich zeige euch das gerade mal, wie das aussieht. Hier, gestern 15 Minuten, irgendwie läuft die wohl trotzdem weiter. 20 Euro und dann wieder. So, in der 20. Jetzt macht er wieder eine Minute, genau so läuft es die ganze Zeit. Komisch ist, dass er jetzt die 2 Euro wieder eingestellt hat, aber gut, Cash-Time 4 Minuten. Gucken wir mal, wie viel Spielzeit danach noch übrig bleibt. Bis zum nächsten Mal. continuously, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.